Mit einem Batteriespeichersystem aus Autobatterien kann die Stromversorgung in Großkraftwerken stabilisiert werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von Daimler und dem Netzbetreiber Tenet T. In Kamenz ist dazu ein Prototyp mit einer Speicherkapazität von 750 kWh installiert worden. Im Testlab wurde nachgewiesen, dass der automobile Batteriespeicher in weniger als 100 Millisekunden auf solche Änderungen reagiert. Zudem seien diese Systeme geeignet, ganze Kraftwerke zum Beispiel nach einem großflächigen Netzausfall wieder anzufahren, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Aktuell erfolge dies meist durch Dieselaggregate.